hallo und einen schönen guten tag hier spricht heute möchte ich euch dieses muster hier zeigen die seiten nicht sondern nur ein rapport von diesem muster also so ja so ein stück das zeige ich euch das stricken wir gleich zusammen und ihr könnt wenn ihr möchtet dass sie übereinander oder nebeneinander weiter laufen lassen dieses muster hier am rand das habe ich schon mal in einem kleinen video gezeigt und stricke das jetzt auch nicht mit weil ich denke bei alles was über zehn minuten hinausgeht hat keiner mehr lust zu schauen also könnte dieses loch muss der zacken heißt das also loch muster zacken sind dass ihr findet ihr ein kleines video wo ich euch zeige wie dieses muster gestrickt wird ja also das könnt ihr so wie schon sagte könnt ihr das hier mit stricken müsst ihr aber nicht ja hier geht es im grunde genommen um dieses kleine muster was ich euch jetzt zeigen möchte so und so sieht es aus wenn es denn halt so ein rahmen möchtet und fortlaufend strickt so wir fangen an und stricken mit diesem kleinen muster als erstes mal unsere maschen drauf diese maschen sind teilbar elf plus zwei rand maschen ja teilweise durch elf plus zwei rand maschen die wir jetzt stricken ja so wir fangen an ich habe hier schon meine rand maschen gestrickt dann stricken wir erst mal zwei rein rechts hin und her ja in diesem fall habe ich das schon und jetzt stricke ich 123 maschen und stricke zwei maschen rechts zusammen also hier einstechen von her so faden holen und durch die masche ziehen dann sieht es so aus ja einen umschlag und jetzt kommt das müsst ihr euch gut merken wir stricken durch diese rechte masche stricken wir durch halten den faden aber fest und stechen 12 tiefer seht ihr das hier wir ziehen den faden so rüber ich habe hier eingestochen ich mache es noch mal steche hier ein hol den faden halt den fest habe ich hier ein gehe ich hier durch hol wieder einen faden so habe ich zwei und dann gehe ich noch mal hier oben durch die masche wo ich als erstes durchgegangen bin da hole ich mir denn auch noch mal einen faden dann habe ich genau eins zwei drei fäden ja so dann wieder einen umschlag eine masche abheben eine masche rechts stricken und die abgehobene hier drüber heben so sieht das denn aus ja okay und jetzt stricken wir wieder 3 1 2 3 wieder meine rand maschen und jetzt müssen wir das ist die einzigste reihe die wir von links stricken und zwar geht die wie folgt wieder meine rand maschen stricken jetzt zwei links 12 stricken wir zwei links zusammen okay jetzt stricken wir fünf maschen links und diese zwei stricken wir wieder nach den fünf linken stricken stricken wir hier wieder zwei links zusammen fünf links zwei links zusammen und wieder zwei linke maschen und dann drehen wir die arbeit wieder dann drehen wir die arbeit wieder wie ich jetzt eben schon sagte und fangen die nächste reihe an jetzt stricken wir eine masche rechts zwei zusammen so ihr seht es auch hier dass sie immer davor eine davor und diese zwei dann hier zusammen stricken müsste ich noch mal zeigen damit ihr euch besser merken könnt wir haben hier die maschen aufliegen und davor strickt ihr diese zwei also eine normale rechte und die mit der liegenden zusammen ist die strickt ihr dann so rechts zusammen schon habt ihr wieder eine link ein umschlag ja und wieder zwei rechts zusammen stricken ok wir kommen hier wieder zwei rechts zusammen na wenn ich so wie ich das will das habe ich manchmal so so ok und jetzt stricken wir drei maschen rechts 123 ein umschlag eine masche abheben eine masche abheben eine masche rechts stricken darüber heben seht ihr und so schon haben wir es hier ja ok so wird das gestrickt und jetzt stricken wir drehen wir die arbeit wieder um so soweit sind wir jetzt wir haben jetzt hier in der mitte die drei gestrickt haben die umschläge gemacht und sind jetzt hier angekommen ja so jetzt stricken wir die letzte reihe und wenn er möchte ich kann es ja dann nochmal wiederholen das kleine muster dauert ja nicht ganz so lange von daher geht es ja flott so jetzt stricken wir vier maschen rechts 1 2 3 4 ein umschlag zwei maschen abheben die dritte masche stricken und die zwei die wir abgehoben haben da ziehen wir die gestrickte masche drüber ja oder drunter her so ok ein umschlag und wieder vier maschen stricken das ist unser ganzes muster ich kann es aber eben kurz wiederholen weil das geht ja wirklich ziemlich flott dieses muster zu stricken und von daher kann man es ja mal wieder noch mal kurz wiederholen stricks einfach mal durch ohne groß was zu sagen dabei so müssen zwei reihen hoch stricken rechts bevor wir mit dem muster anfangen ja also müssen zwischen jedem muster dann wenn das nach oben stricken wollte wenigstens zwei rechte reihen haben so noch einmal hin und her und dann zeige ich euch noch mal wie man das muster stricken mal noch an maschen so dann haben wir jetzt die zwei reihen hoch gestrickt nach dem muster und dann fangen wir mit dem muster noch mal an zeige es dir noch mal langsam ich brauche hier eigentlich nicht viel dabei zu erklären das habe ich am anfang schon getan ich zeige es einfach nur mal damit ihr es noch mal nachvollziehen könnt wie es gestrickt wird meine saate legen irritiert vielleicht ein bisschen 1 2 3 heißt zusammen ein umschlag rechts und zusammen stricken so sieht es jetzt aus und dann stricken wir wieder drei rechte wir drehen jetzt das ganze stricken alle maschen links so wie sie erscheinen ja das sind meine randmaschen geht gar nicht wir können gar nicht alle maschen so stricken wir jetzt schon mal diese reihe die gibt es jetzt nur einmal auf der linken seite die habe ich nämlich am anfang auch vergessen weil es sie nur einmal gibt also nach diesen drei welche rausgezogen haben aus einer masche drehen wir die arbeit haben die linke seite vor uns stricken zwei maschen links und zwei maschen links zusammen stricken ja so ok und dann stricken wir wieder 1 2 3 4 5 und dann wieder zwei maschen rechts zusammen stricken ja links zusammen stricken entschuldigung links zusammen stricken ja so sieht es dann aus ok wir wenden die arbeit so an stricken weiter so an stricken weiter eine masche rechts zwei zusammen ein umschlag ein umschlag ja jetzt stricken wir wieder 2 zusammen ein umschlag und eine masche rechts ein umschlag eine abheben die drüber ziehen ein umschlag abheben die drüber ziehen ja und eine masche rechts und meine randmaschen jetzt stricken wir von links alle maschen so wie sie erscheinen also wir haben nur eine reihe hinten auf der linken seite wo sich zwei maschen links dann zusammengestrickt werden und dazwischen liegen dann fünf maschen jetzt kommt die vorletzte reihe jetzt stricken wir drei bis zum nächsten Mal 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 so sieht es jetzt auch bei euch aus wir drehen die arbeit stricken jetzt alle maschen noch mal links auch die umschläge links stricken so rüber nehmen hoch und runter wegziehen davor hochheben drunter wegziehen jetzt stricken wir die letzte reihe von unserem kleinen mustersatz das wären jetzt in dem falle kommen jetzt vier maschen rechts 341 um 4 ein umschlag und jetzt heben wir zwei maschen ab vier maschen rechts ein umschlag zwei abheben eine stricken die zwei die wir nicht gestrickt haben die nehmen wir jetzt mal zu uns hin und ziehen die eine masche die wir gestrickt haben dadurch ja dann sieht so aus jetzt ein umschlag und wieder vier maschen rechts stricken so nochmals links wenn euch dieses kleine video gefallen hat dann freue ich mich darüber wenn ich es gut erklärt habe noch besser wenn noch fragen offen sind dürft ihr mich gerne fragen ansonsten freue ich mich über jeden neuen abonnenten natürlich auch wenn kleiner spruch da drunter steht hast du was gut erklärt oder du kannst etwas verbessern es könnte anders aussehen es könnte im grunde genommen vielleicht das und das verbessert werden von deiner seite her also das nehme ich auch gerne an ja nur dadurch kann ich ja selber auch ein bisschen lernen ja ich möchte ja dass das was ich hier zeige dass ihr das auch umsetzen könnt ja sonst bringt es mir ja nix ne und euch ja erst recht nicht das wäre ja dann ja vergebene liebesmühe wenn man es so sagt wenn man sich denn schon die mühe macht ja oder weil es einem auch spaß macht anderen menschen was beizubringen dann sollte man das auch so tun dass es auch verstanden wird ja ist wie eine pflege ich musste meinen ja meinen schülern auch nicht einmal was erklären 100 mal und es wurde 100 mal erklärt bis der griff gesessen hat und dann freut sich der mensch natürlich auch dass das endlich dann verstanden hat und eine geduldige lehrerin hatte so so sieht das muster dann aus wenn es fertig ist ja so seht ihr das ist mal ein bisschen auseinandergezogen so sieht es dann aus ihr habt hier könnt ihr sehen hier schön dieses geschwungene an beiden seiten hier unten könnt ihr es auch noch mal sehen und hier auch ja und so sieht das ganze muster aus wir haben es jetzt wieder übereinander gemacht aber wie ich jetzt eben sagte könnt ihr es natürlich auch wenn ihr möchtet nebeneinander machen ja und dann das ganze muster dann auch auch in der reihe machen mir ging es jetzt nur mal darum euch dieses kleine muster zu zeigen also viel spaß bei diesem kleinen video wünscht euch eure ute bis dann natürlich freue ich mich über jeden der meinen kanal abonniert nichts dagegen also bis dann wünsche euch noch einen schönen tag bis dann